Hallo und herzlich zum Stimmungsbarometer für den Juli 2015, mit ein paar Tagen Verspätung dieses Mal. Grund, es ist relativ wenig Zeit, die Zeit vergeht extrem schnell gefühlt, zumindestens, weil ich ordentlich am Vorbereiten bin für meinen Umzug in die Schweiz. Am 1. August ist es dann soweit, ab dann bin ich in der Schweiz, beziehungsweise ab dann pendle ich ein bisschen zwischen Schweiz und Tirol und dann ab September bin ich endgültig dort. Heißt auch, Ende Juli, Anfang August wird es ein bisschen eng mit den Let's Plays, zumindestens, was tägliche Let's Plays angeht. Da werde ich noch ein eigenes Video dazu machen, dass das im Speziellen noch ankündigt, weil nicht zuletzt ist auch Gamescom dann Anfang August. Also da müssen wir erst schauen, wie sich das alles ausgeht. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal an, wie es im Juli weitergehen sollte. Wie üblich, welche Let's Plays kommen dazu, welche sind beendet auf Pause, und wie schaut es im Allgemeinen so aus. Zurzeit läuft Big Pharma und mir macht es mal ordentlich Spaß. Und auch euch macht es, glaube ich, noch ordentlich Spaß. Hat zumindest genug, dass da gerechtfertigt ist, dass wir noch ein bisschen weiterspielen. Mit dem ersten Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise mit dem zweiten, den ersten habe ich ja ausgelassen, sind wir bereits fertig. Das heißt, ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger und entsprechend freue ich mich auch drauf, weil bis jetzt sind wir bis auf eine Mission, glaube ich, ordentlich durchmarschiert. Und ich denke mal, ja, da werden wir regelmäßig was machen. Das geht relativ leicht von der Hand zum Aufnehmen, von dem her mache ich das ganz gern. Und im Moment brauche ich Dinge, die leicht von der Hand gehen, weil ich immer ein bisschen dazwischen reinquetschen muss fast die Aufnahmen, auch wenn es ein bisschen unschön jetzt klingt. Und ich weiß, dass oft ein bisschen Stress oder Unkonzentriertheit verursacht, aber eben bei Big Pharma, da klappt das relativ gut. Checkliste und Notizblock, da hat man ja ein bisschen was und es soll auch weitergehen. Einer ist gerade dem Moment in Arbeit oder eine Checkliste vielmehr. Die kommt heute oder morgen, wenn alles gut geht. Und da schauen wir uns ein Spiel an, das aktuell im Early Access ist. Cities Skylines, da ist eine kurze Zwangspause angesagt, wegen Problemen mit dem Traffic++ Mod. Aber ich denke, das wird jetzt die Tage, also vielleicht bis spätestens Mittwoch oder so vermutlich behoben sein. Der Mod-Autor ist da, glaube ich, dann wieder zurück vom Urlaub und sicher schnell dahinter, was ich so gelesen habe, das zu fixen. Und es sollte anscheinend auch kein großes Problem sein. Und dann werden wir entsprechend Mitte, Ende der Woche da wieder weitermachen. Cultures 2, da habe ich heute wieder eine Aufnahme gestartet, dass wir auch jetzt in den Tagen ein bisschen weiterspielen können. Mal die nächste Mission anschauen. Und Simutrans möchte ich auch in den nächsten Tagen ein bisschen weitermachen. Da steht ja noch der Passagiertransport an, der relativ erfolgreich war in der letzten Folge. Den möchte ich ein bisschen ausbauen, schauen, ob wir mit dem auch Geld verdienen können. Ja, und Tropico 5, das läuft sowieso laufend immer wieder. Eine Mission wird jetzt nicht allzu viel geschaut, aber mir macht es doch ziemlich viel Spaß, ist relativ schwierig im Vergleich zum letzten Add-on. Und das mag ich ja ganz gern, wenn es herausfordernd ist. Von dem her spiele ich das auch gern zu Ende. Und jetzt haben wir eh schon, haben jetzt zwei oder drei Missionen gespielt. Ich glaube, drei Missionen haben wir jetzt gespielt. Das heißt, bei der Hälfte sind wir jetzt eh schon angelangt. Schauen wir uns noch gelegentlich nach Lust und Laune an. Vorausschicken gesagt, ich möchte ein bisschen aufräumen anfangen. Es gibt eine Menge Projekte, die so ein bisschen halboffen sind. Müssen wir schauen, wie wir da tun in den nächsten Wochen, weil ich möchte auch neue Dinge anfangen, weil ich einfach Lust habe, regelmäßig was Neues anzufangen. Aber ich weiß, zu viele offene Sachen, das passt euch auch nicht. Von dem her müssen wir schauen, was wir da unter Umständen fertig bekommen. Da gibt es den einen oder anderen Kandidat. Ja, die ganzen Live-Sachen, das lasse ich für den Moment mal noch offen. Wenn was kommt, werde ich es rechtzeitig ankündigen. CSA 4 ist ja schön in Missionen unterteilt, da läuft uns nichts davon. Aber im Evil Genius, das habe ich jetzt momentan auf gelegentlich nach Lust und Laune verschoben, weil da muss ich mir was überlegen. Ich glaube, ich muss ein bisschen zurückladen und ein bisschen vorsichtiger zur aktuellen Situation hinspielen. Da habe ich mich ein bisschen verrannt, sozusagen. Und das braucht ein bisschen Zeit, bis ich mich da vorbereitet habe. Und dann, wenn wir eine etwas günstigere Situation hergestellt haben, dann werden wir relativ nahtlos an der Stelle in Etta, wo ich aufgehört habe, weitermachen. Und ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange geht. Von dem her, Evil Genius wäre ein Projekt, das ich unbedingt abschließen möchte. Industriegigant 2, das ist wie CSA 4. Da können wir gelegentlich mal eine Mission spielen. Retroplay, da habe ich jetzt zwei, drei Sachen angeschaut. Bin aber nicht warm geworden, muss ich sagen. Es sind teilweise ja alte Spiele, die man da im Kopf hat, wo man sich denkt, ah, die waren super genial und dann spielt man sie wieder. Und dann irgendwie hat man, naja, wie soll ich sagen, doch zu viel durch die Nostalgiebrille geschaut, wo man an das Spiel gedacht hat zumindestens, weil dann, wenn man es spielt, ist es nicht mehr ganz so toll. Und Retroplay, da habe ich mir relativ hohe Standards gesetzt. Eventuell auch wieder so ein Vergleich Amiga PC-Version, das ist auch sehr, sehr aufwendig. Aber ich habe es nicht vergessen. Keine Sorge, ich möchte wieder was machen, aber ich möchte mal nicht sagen, wann. Railroads, das ist was für Weihnachten, das haben wir eh schon besprochen. Rollercoaster der Kunde, endlos. Das wäre so ein Kandidat, den man raufrücken könnte. Vielleicht, um es ein bisschen regelmäßiger zu machen. Da ist mir jetzt so ein bisschen der Knopf wieder aufgegangen. Ich habe eine Menge Ideen, die ich umsetzen möchte. Von dem her, wer weiß, ob es öfter wie einmal im Monat sich ausgeht. Und Siebenhospital gehört in die gleiche Kategorie Evil Genius. Da könnte man auf jeden Fall mal schauen, dass wir es fertig bekommen. Ja, und weil super oft gefragt, E-Train 9, da gibt es jetzt ein neues Add-on, die V4 Masters Edition, die habe ich schon bestellt in Japan. Die sollte, ich nehme an, in den nächsten ein, zwei Wochen eintreffen. Da gibt es mal eine kurze Checkliste, beziehungsweise einen kurzen Notizblock viel mehr. Und dann müssen wir schauen, wie wir tun mit einem Let's Play. Wir können auf jeden Fall ein Let's Play machen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir eine neue Karte anfangen müssen für das V4. Das werden wir noch sehen. Wenn ja, wäre ich fast dazu geneigt, eine neue Karte anzufangen. Und sonst kann man natürlich bei der alten weiterspielen. Da lasse ich euch aber dann beim Notizblock mitentscheiden. Da noch ein paar Worte zu spielen, die oft gefragt wurden, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Da ist, glaube ich, Factorio fast am öftesten vertreten, wie und ob es da weitergeht. Ich würde mal sagen, ich schaue mal in Ruhe in den nächsten Tagen da offscreen wieder rein. Und werde mich mal kundig machen, was sich in der Zwischenzeit noch alles getan hat. Manche haben auch vorgeschlagen, dass wir ein bisschen modden. Aber ich muss sagen, ich habe es mit den, glaube ich, 20 Folgen waren es schon gut ausgereizt für mich. Und das meiste, glaube ich, was ich entdecken wollte, entdeckt. Kämpfen natürlich hat man dann auch noch dabei, was wir noch nicht genau angeschaut haben. Vielleicht können wir noch ein paar Folgen machen. Aber ob ich dafür sehr viel im Moment motiviert bin, mag ich mal nicht behaupten. Und dasselbe gilt mehr oder weniger für Prison Architect. Da würde ich sagen, warte mal, bis es rauskommt. Dann starten wir wirklich von vorne ein neues, frisches Let's Play. Dann ist auch Trains öfter mal angefragt worden, die neue Trains-Version, ob ich dazu was zeige. Ich habe es mal angeschaut. Muss aber zugeben, dass ich die Trains-Serie zu wenig gespielt habe. Dass ich da, glaube ich, ein kompetentes Kommentar abgeben kann. Was ich sagen kann, ist, dass es von der Performance her bei mir nicht gerade berauschend gut läuft. Sogar schlechter, muss ich sagen, wie der Train-Simulator. Mal schauen, vielleicht habe ich irgendwann mal die Zeit, mir das genauer anzuschauen, mir die alten Versionen anzuschauen. Ich besitze ja die eine oder andere, dann kann ich ein bisschen was dazu sagen. Aber sonst habe ich einfach das Gefühl, ich müsste da viel zu viel aufholen, um einfach da fachlich korrekt was dazu sagen zu können und vor allem das vergleichen zu können mit vorherigen Titeln. Und entsprechend gibt es da mal nichts dazu. Und für den kommenden Anno-Titel haben sich auch schon viele Interessenten angemeldet. Ich habe mir mal einen Beta-Key organisiert. Also, sobald die Beta startet, werde ich da mal reinschauen. Und was wurde noch gefragt? Genau, Grand Ages Medieval. Auch da habe ich die Beta schon ausführlich gespielt. Und sobald das freigegeben wird, werde ich da natürlich was zeigen, beziehungsweise ein Let's Play dazu machen. Das würde mich auch sehr, sehr reizen. Und dann gibt es gefühlte tausend Anfragen zu diversen Titeln. Heartlands, Parkitect. Fällt mir da ein, ob ich da wieder mal reinschauen kann. Und ja, natürlich gerne. Dafür ist ja der Notizblog kompakt da. Und der ist auch schon in Planung und Arbeit der Nächste. Und die zwei genannten Titel sind da auf jeden Fall vertreten. Und werft vielleicht noch einen Blick in die Videobeschreibung. Da ist alles Mögliche verlinkt. Unter anderem mein Twitter-Kanal. Da plaudere ich ja über alles Mögliche, was YouTube nicht unbedingt abdeckt. Also da geht es nicht um News zu meinen Videos, sondern diverse andere Dinge, über die ich da das eine oder andere Wort verliere. Zu meiner Shop-Seite geht es da auch. Und natürlich auch zum Stimmungsbarometer in schriftlicher Form. Gut, das war es dann wieder mal mit dem Stimmungsbarometer. Ich mache mich jetzt gleich fleißig ans Aufnehmen. Bisschen Zeit ist noch, damit ich euch die nächsten Tage noch gut versorgen kann. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, pfiedenk und baba.